Musik Ho ho ho, Weihnachten rückt jetzt immer näher. Und zwar heute öffnen wir wieder ein Türchen. Und heute gibt es für euch das Chicken Freedy Gewürz. Das Chicken Freedy Gewürz ist im Prinzip für Geflügelgerichte, selbst für die Weihnachtsgans oder für die Ente, ein absolutes Nonplusultra in meiner Küche. Und ich möchte euch daran teilhaben lassen. Von daher, das Chicken Gewürz heute in meinem Türchen nur für euch. Also habt viel Spaß dabei und wir sehen uns. Musik 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 Musik